Thomas Duchel und das Phänomen, das alle ratlos macht und ihn seinen Job kosten könnte Es ist zehn Monate her, dass Thomas Duchel das Amt des Trainers des FC Bayern übernommen hat Es ist jedoch schwierig, seine Arbeit zu bewerten Dies ist auch auf ein seltsames Phänomen zurückzuführen München, Quo Vadis, Thomas Duchel Zehn Monate später wissen die Fans des FC Bayern nichts mehr Ist Duchel der richtige Trainer? Für eine Beurteilung diese Saison ist es noch zu früh Doch es ist für den Bayern-Trainer an der Zeit, das zu korrigieren Was in seiner Zeit als Trainer seit langem ein Muster war Die wiederholten Misserfolge der Mannschaft Plötzlich im Untergrund, die Leistungsschwäche des FC Bayern unter Toche 0 zu 3 gegen RB Leipzig, eine Pokalniederlage in Saarbrücken Eine 1 zu 5 Niederlage gegen Eintracht Frankfurt Und zuletzt ein sehr konstantes 0 zu einem Zuhause gegen Werder Bremen Duchels Mannschaft hat als Gruppe gescheitert Und das alles ohne nennenswerte Vorankündigung Im Gegenteil, Trainer und Spieler werden nicht müde zu betonen, dass sie im Vorfeld über ein hohes Trainingsniveau verfügen Die Mannschaft trainiert gut, schafft es aber nicht, ihre Qualität und Atmosphäre auf das Spielfeld zu übertragen Es ist ein Phänomen, an dem selbst Thomas Müller, der in seiner Karriere bereits viel Erfahrung gesammelt hat, Zweifel hat Eigentlich kenne ich nur das Gegenteil Wir trainieren nicht gern, aber wir haben Lust zu spielen Antwortete er mit verwirrten Blick nach der Niederlage gegen Bremen, bevor er das Lied von Mahle hörte Abschluss Top im Training, großer Misserfolg in den Spielen, FC Bayern bangt um Tochel-Phänome Während des Supercup-Spiels gegen Leipzig war Tochel überrascht über die Diskrepanz zwischen Training und Spielen Damals stellte er im wahrsten Sinne des Wortes seine Inkompetenz zur Schau, was der Bayern-Führung angeblich nicht gefiel Mittlerweile ist er diesbezüglich diplomatischer geworden und hat sogar ein niedliches Auftreten Aber er macht immer noch nicht den Eindruck, dass er großartige Ideen hat Ich bin es leid zu sagen, dass wir gut trainieren Das glaubt keiner mehr, sagte Tochel seufzend nach dem Bremen-Spiel Ich bin lange genug in diesem Job, um beurteilen zu können, ob die Ausbildung auf dem von uns gewünschten Niveau war Das geht tatsächlich schon seit Wochen so Doch er wird es beim FC Bayern nicht leicht haben Doch wer Tochel jetzt ein schlechtes Zeugnis ausstellt, tut ihm wohl Unrecht Der Nachfolger von Herrn Nagelsmann hatte in seiner bisherigen Amtszeit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen Als er im März 2023, in der kritischsten Phase der Saison, das Amt übernahm, hatte er praktisch keine Gelegenheit, seine Ideen mit der Mannschaft zu teilen Zu Beginn der neuen Saisons vergaß Bayer Leverkusen plötzlich, wie man Spiele verliert Die Werkself ist nach 19 Spielen immer noch ungeschlagen Und wird Fehltritte der Bayern stets gnadenlos bestrafen Hinzu kommt die Verletzungsmisere, und die Situation wird von Spiel zu Spiel schlimmer Bayern-Trainer Tochel hinkt bei den durchschnittlich erzielten Toren hinterher Die FC Bayern spielt unter Tochel keine schlechte Saisons in der Bundesliga Dennoch zeigt der Durchschnittswert, dass nicht alles optimal läuft In 40 Spielen erzielte er durchschnittlich 2,15 Punkte Damit belegt er seit 2011 nur noch den 8 Platz im FCB-Manager-Ranking Zum Vergleich, Julian Nagelsmann kommt auf 2,31 Punkte und Niko Kovac auf 2,26 Punkte Ein entscheidender Faktor für Tochels Erfolg in München wird sein, ob es dem Trainer gelingt Die Leistungsübertragung vom Trainingsgelände ins Stadion zu verbessern Denn den Titel-Entwicklungs-Weltmeister gibt es im Wörterbuch des FC Bayern nicht Der Titel-Entwicklungs-Weltmeister gibt es im Wörterbuch des FC Bayern nicht